Vor über einem Jahr hat sich Olivia Marey aus der Serie verabschiedet. Und zwar aus gutem Grund, denn die Schauspielerin hat im Oktober 2022 ihr zweites Baby bekommen und hatte mit dem neuen Nachwuchs natürlich erstmal alle Hände voll zu tun. Zur Freude ihrer Fans ist ihre Rolle Toni nun aus den USA in den Kollekiez zurückgekehrt. Doch sie hat ein Mitbringsel im Gepäck, dass sie so schnell nicht wieder los wird. Olivia Marey dreht wieder für GZSZ. Nachdem Olivia Marey während ihrer einjährigen Babypause gemeinsam mit ihrem Mann und ihren zwei Söhnen die Welt bereist hat, ist sie seit dem 22. August 2023 zurück am Set. Ich war die Tage vorher richtig aufgeregt, aber als ich durch die Studiotür kam, war ich einfach nur froh, wieder zurück zu sein. Da war jede Aufregung verflogen, und ich habe mich sofort wieder heimisch gefühlt, erzählte die 33-Jährige im Interview mit RTL. Damit sie Arbeit und Familie unter einen Hut bekommt, wird sie aktuell von ihren Eltern unterstützt. Und natürlich von ihrem Ehemann, der ist nämlich noch immer in Elternzeit und kümmert sich laut Olivia Marey um Erziehung, Haushalt und Co. Doch die viel wichtigere Frage, die Fans sicher auf dem Herzen brennt. Wie geht es bei GZSZ mit Toni weiter? Auch am Set von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten sind schon Liebesgeschichten entstanden. Bei wem es während der Dreharbeiten gefunkt hat, zeigen wir dir im Video. Wie geht es für Toni weiter? Während Olivia Marey in Elternzeit war, lebte ihre Rolle Toni in den USA, war nur hin und wieder in der Daily Soap zu sehen, und trennte sich in der Zwischenzeit von Erik, nachdem es zwischen den beiden großes Drama gab. Kehrt sie nun also in den Kollekiez zurück? Ja, das verriet Olivia Marey bereits im Sommer. Ich wünsche Toni, dass sie sich gut wieder im Kiez einlebt, ihre Mutter Nina nicht zu sehr vermisst und damit klarkommt, dass Erik vielleicht nicht mehr an ihrer Seite ist. Außerdem gibt es da ja noch dieses Mitbringsel aus den USA, was sie so schnell erstmal nicht los wird. Moment mal! Mitbringsel aus den USA? Ist Toni etwa schwanger, oder hat sie einen neuen Partner an ihrer Seite? Nichts dergleichen, wie RTL nun bekannt gegeben hat. Toni ist süchtig nach Schmerzmitteln. Während ihrer Zeit in Amerika erlitt Toni eine Schussverletzung in der Schulter, musste behandelt werden, und entwickelte eine Abhängigkeit von dem verschreibungspflichtigen Schmerzmittel Oxycodon. Zurück in Berlin und mit einem kleinen Pillenvorrat in der Tasche, muss sie sich der Realität stellen, was sich in Anbetracht ihrer Sucht nicht so einfach gestaltet. Für die neue Thematik ging RTL eine Kooperation mit Burkhard Blinat, dem Beauftragten der Bundesregierung für Sucht und Drogenfragen, ein. Fast jeder Mensch kommt früher oder später mindestens einmal im Leben mit Drogen oder Sucht in Berührung, allein weil Alkohol und Nikotin zu selbstverständlich sind. Was vielen nicht bewusst ist, auch bestimmte Medikamente können abhängig machen, so der Experte. Gerade diese Abhängigkeit spielt eher selten eine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Darum freut es mich, dass sich GZSZ intensiv mit dem Thema auseinandersetzt und so für mehr Aufklärung sorgt und über Hilfemöglichkeiten informiert. Wie Toni mit ihrem Mitbringsel aus den USA zurechtkommt, werden wir im Laufe der nächsten Wochen erfahren. Gute Zeiten, schlechte Zeiten kannst du nicht nur im Free-TV gucken, sondern auch bei RTL Plus mit einem Premium-Abo sogar schon vor TV-Ausstrahlung. Gute zaman Mexico Gute Fan